Sie wollen Ihre natürlichen Abwehrkräfte stärken, möchten Ihre Gesundheit verbessern oder wünschen sich einfach wieder mehr Lebensenergie? In einem ausführlichen Erstgespräch legen wir gemeinsam Ihre Ziele fest. Darum ist auch das Therapiekonzept, welches wir erarbeiten, immer individuell auf Sie zugeschnitten. Auch bieten wir diverse Alternativen zur klassischen Massage an, unter anderem die Fußreflex, die Hotstone oder die Kräuterstempelmassage. Gönnen Sie sich eine Auszeit. Sie werden sich wie neu geboren fühlen. Die Oase der Entspannung, Ihr Ort, um neue Kräfte zu tanken. Untertitelung. BR 2018 BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020